und die kosten mit zwei drohen nein ich habe meine kommt nicht mehr solch schnell holen gehen mach doch was du willst, pack mich doch nicht Papa darf ich, Papa ich will jetzt erstmal die Kanalpumpel, ganz ruhig die sind wichtig Kanalpumpel und dann pushst du den Typen in dem Haus da, weil er einfach mit ner Drohne rumfliegt, weil er richtig dumm und behindert ist ok, ich kann doch nicht meine äh Pompeln die ich eigentlich holen wollte oh, ich hab ne goldene Pompel goldene Donner ok ja, aber jetzt habe ich ja komm, dann kann ich das ablegen, weil ich hab jetzt auch mythische Excalibur du bist doch ein Reboot-Van echt? geil das Ding ist da links sind immer noch die Gegner seh sie doch da schon in dem Haus-Camp, Digga zu viert-Camp, der im Scheiß-Drecksloch, Junge ich komm ja, die kommen langsam hier rüber mach ich so lass uns zurücklehnen entspannen ja, du entspannt vielleicht was macht der denn da links in meinem Screen? ja, der zielt, der arme der hat gar keinen Plan ihr geht jetzt einfach weg von hier, ok? mir? nicht du die die reroutet worden ja die die reroutet worden um die den eder leb er es auf und die 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 wo willst du denn hin Bruder ja den oben den hab ich mit Excalibur gegeben mal richtig ja der ist tot ne verdammt ja 2 zu zu ich hoffe es gibt mal eine runde wo mein meine hund mal nicht welt oder ein hemd mal nicht bild mag ich glaube nach der runde spielen ja kann man ja noch mal die die da ist wenn wir da ist die mit dem scheiß ich hab sie alles das ist besser Messi hat nur die WM gewonnen, hat Ronald auch schon viele WM zu tun. Messi ist besser, er ist stronger, er ist smarter, er ist besser. Nein. Ronald ist einfach ein Gott. Warte mal, ich muss das Team noch austanzen. Man muss ja auch mal ein bisschen toxisch sein. Ja. Außerdem noch genau 10 Gegner, wenn ich jetzt alle töte, dann habe ich 30 Kills. Dazu bräuchte ich Aim, danke. Ha. Nein. Da ist ja. Ja. komm 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 JA! NEIN! Wo ist denn der letzte jetzt? Selbst das Huhn hat sich quasi ausgelacht. Ich steh' mir vor, ich werde jetzt gesnipet. Einfach headshot von dem mystischen Dings da. Ex-Kalibur, ich werde tot. Will schon fangen. Ech, mich! Hallo, please help me! Oh! Das sieht gefühlt so aus, weil das Sprachenkreuz nicht da ist, wo du hinschiehst. Das könnte dann jetzt mit den Hacken. Ha! Digga geil! Schon wieder episch! Ja! Damit wird er gebannt! Nein, 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 nein. Ich hab nie da zugestimmt. Ich hab gar nie zugestimmt. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.